Leute, über die letzten beiden Tage haben wir die Bestätigung beider Zentralbanken bekommen. Einmal der EZB und einmal der Federal Reserve, dass es auch im kommenden Jahr in beiden Wirtschaftsräumen zu einer sehr, sehr restriktiven Geldpolitik kommen wird. Die Märkte haben das soweit erst einmal nicht gut aufgenommen. Bitcoin, Ethereum und Co. sind korrigiert, als auch die traditionellen Märkte, vor allem der DAX, am gestrigen Tag der Zinsentscheidung seitens der EZB. Jetzt müssen wir natürlich uns diese Charts einmal genauer anschauen. Das werden wir natürlich hier in diesem Update-Video machen. Ich gebe euch ganz klar den Fahrplan für Bitcoin, Ethereum an die Hand. Wo liegen jetzt die nächsten interessanten Level für einen Long, als auch die interessanten Level für einen Short? Wir schauen uns ein kurzes Update zum Dogecoin an, wo wir gestern ebenfalls noch drüber gesprochen haben, über die letzte Marke, die als Trade-Einstieg genutzt werden darf. 66,7er und abschließend gebe ich euch natürlich auch noch eine interessante Trade-Idee hier für den DAX, für den nächsten potenziellen Short mit. Also, falls du das nicht verpassen willst, unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Und falls du es in Zukunft nicht verpassen willst, jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading-Tag starten möchtest, dann empfehle ich dir, lass gerne das kostenlose Abo da. Werde Teil dieser geilen Community. Aktive die Glocke, stell sie auf alle, denn dann wirst du auch noch benachrichtigt, wenn ein Video online geht. Und last but not least, Freunde, smash den Like-Button, denn dann können wir rein starten mit dem Content. Wir schauen uns einmal kurz die letzten 24 Stunden wie immer an, was ist passiert hier auf den Kryptomärkten. Wir sehen ein leichter weiterer Decrease. Es kam zur Schrumpfung nach den jeweiligen Zinsentscheidungen. 0,94% Schrumpfung der Marktkapitalisierung auf dem Kryptomarkt. Wir stehen bei 853 Milliarden US-Dollar. Bitcoin korrigiert um 1,16%. Wir stehen hier bei 17.500 US-Dollar. Hier werden wir uns jetzt natürlich gleich detailliert die interessanten Level für einen Long als auch Short anschauen. Beide Trades laufen natürlich noch. Bitcoin als auch Ethereum. Ethereum mit einer Korrektur um 0,8%. 1.277. Hier werden wir natürlich auch über das weitere Trade-Management sprechen. Ansonsten die Altcoins durchmischtes Bild. Dogecoin korrigiert ein wenig weiter und holt uns letzten Endes an der 667er ab. Über diesen Trade werden wir auch sprechen. Doch darüber lasst uns jetzt nicht viel philosophieren, Freunde. Lasst uns direkt in die Charts reinsprechen. Let's go! Starten wir direkt rein mit Bitcoin in der 4-Stunden-Chart. Das heutige Video wirklich kurz und prägnant zusammengefasst. Für dich maximaler Mehrwert. Falls du Detail-Analysen brauchst, schau gerne in den letzten beiden Livestreams zur EZB-Zinsentscheidung und Federal Reserve-Zinsentscheidung vorbei. Jede Menge Altcoin-Analysen, aber natürlich auch im Detail Bitcoin, Ethereum und Co. noch einmal beleuchtet. Aber lasst uns kurz rein starten, Freunde. Was haben wir gemacht? Wir sind über die letzten beiden Tage, wie im Intro eben schon erwähnt, leicht korrigiert. Völlig legitim. Passt in unseren Fahrplan. Warum? Wir haben identifiziert, dass der Markt von seinem lokalen Tief bei 15.476 US-Dollar folgende bullische Strukturen aktiviert hat. Danach auch natürlich eine Trade-Möglichkeit, eine Trade-Einstiegsmöglichkeit für uns gegeben hat, die wir wunderschön auskosten konnten. Mit nächster Korrektur nach Sequenzaktivierung haben wir uns positioniert bei 16.712 US-Dollar. Wir sind in einem Long drin. Der läuft auch noch, Freunde. Wie hoch ist die Position letzten Endes noch? Meinerseits kann ich immer nur davon sprechen, was ich mache. Ich habe Teilprofite realisiert an der ersten Marke, an der zweiten und an der dritten Marke. Von daher laufen nur noch 30% meiner Bitcoin-Position. Wir haben das bullische Ziel-Level hier abgearbeitet. 18.152 US-Dollar. Das war soweit erst einmal ein Big Chunk an Profits, die wir da gesichert haben. Nichtsdestotrotz wurde unser finales Level, worüber wir immer wieder gesprochen haben, noch nicht angelaufen. 18.476 US-Dollar gilt weiterhin als interessantestes Take-Profit-Szenario. Hier werde ich meine komplette Position schließen, sollte es Bitcoin jetzt noch einmal schaffen, hier diesen Aufschwung zu erleben. Wir sprechen natürlich gleich über die interessanten Level, die jetzt hier gleich liegen werden. Also das Ding läuft noch. Wir haben ebenfalls unseren Stop-Loss, der im Risiko lag, auf unseren Einstiegspreis gesetzt. Von daher das Schlimmste, was passieren kann, Freunde, ist folgendes. Der Markt rauscht ab und stoppt uns dann unseren Einstiegspreis aus. Also ganz entspannt zurücklehnen und weiterhin die Show genießen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es hier erst einmal weiter für Bitcoin? Schauen wir uns das jetzt einmal kurz aus SMA-Sicht an. Wo hat denn der Markt jetzt Halt gemacht? Nach dieser Korrekturphase, leichte Korrekturphase, genau am 50er SMA. Über die Level haben wir noch gestern noch gesprochen gehabt. 17.300 US-Dollar hier für Bitcoin. Da macht der Markt erst einmal Halt, findet neuen Support und setzt jetzt erst einmal zu einem leichten Bounce an. Ist noch nichts Weltbewegendes. Schauen wir uns das Ganze auch nochmal aus Volumen-Profil-Sicht an, wo wir denn hier liegen mit dem Volumen-Profil. Und ihr seht, wir sind jetzt in dieses Volumen-Cluster kurz einmal reingefallen. Das dicke Volumen-Cluster liegt letzten Endes startend an der Marke bei 17.267 US-Dollar. Da ist der Markt einmal nur ganz kurz reingeweckt. Und von daher hier drunter sollte immens viel Support liegen, Freunde. Wir sind nach oben hin ausgebrochen, positiv zu bewerten für die Bullen. Plus wir liegen auch überhalb des Point of Controls innerhalb dieser Range. Das heißt, soweit einmal in diesem Fall kurzfristig gesehen, die Bullen hier noch am längeren Hebel vom Volumen-Profil her gesehen. Natürlich aus dem gesamten Chart-Bild, Freunde, sind wir hier ganz klein in einem Downtrend. Und soweit auch noch die bärischen Szenarien vollkommen aktiv. Wann sind die gebrochen? Wir müssen dieses bärische Level hier in Orange herausnehmen. 18.478 US-Dollar hoch bis 19.475 US-Dollar. Sollten wir diese Price-Movement sehen, eine mega Bestätigung hier soweit für die Bitcoin-Bullen, Krypto-Bullen, dann können wir auch legitim hier die nächsten bullischen Level traden. Blind, in Anführungsstrichen blind. Ihr wisst, was ich meine. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit weitaus höher, dass wir hier ein potenzielles Reversal einleiten als zur aktuellen Stelle. Warum? Weil wir noch deutlich unterhalb dieses Bären-Levels liegen. Und es jederzeit die Möglichkeit besteht, dass, wenn wir hier reinkommen, Freunde, letztendlich noch einmal abverkauft werden. Und das stellt dann natürlich auch unseren nächsten interessanten Short-Entry dar. Haben wir darüber gesprochen. Unsere finale Zielmarke 18.476 US-Dollar. Hier schließe ich meinen Trade-Final. Warum? Weil aus dieser Region erst einmal mit massiven bärischen Verkaufsdruck zu rechnen ist. Erst einmal liegt hier das Bären-Level dieses letzten Abverkaufs. Soweit legitim, dass die Bären den Bullen diese Erholung gewährt. Und dann die Bären reinsteppen und den Markt hier wieder abverkaufen. Wir haben auch über das interessanteste Level gesprochen. Nämlich das 55.9er. Wieso, weshalb, warum schmeißen wir auch hier kurz noch einmal das Volumenprofil an. Zoom ein Stück raus. Und sehen, dass genau in diesen Regionen dann das nächstgrößere Volumencluster von oben herankommt. Das heißt, wir haben hier ein wunderschönes schwarzes Loch gebildet. Haben wir auch zu Genüge darüber gesprochen. Wenig Handelsvolumen. Und immer wenn das der Fall ist und wir in diese Regionen eintauchen, dass der Markt hier wirklich sehr, sehr schnell durchslicet. Das ist jetzt letzten Endes passiert. Wir konnten dadurch Profite sichern. Nichtsdestotrotz wurde unser interessantestes Short-Level noch nicht angelaufen. Und diese Region liegt für mich weiterhin an der Marke von 18.800 US-Dollar. Jeder sollte dieses Level auf dem Schirm haben. Schauen wir uns das einmal kurz auch noch mal aus SMA-Sicht an. So sind wir letzten Endes im 4-Stunden-Chart. Hier, wie gesagt, noch einmal Support gefunden von dem 50er SMA. Nichtsdestotrotz, da drunter liegen auch noch der 100er SMA und der 200er SMA. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie können wir uns longtechnisch wieder positionieren. Und da habe ich natürlich ebenfalls eine Trade-Idee für euch parat, Freunde. Wir haben diese Strukturen gefinisht, in C-Level getragen, 180 neuer C-Level-Reaktion der Bullen gesehen. Danach absolut legitim, dass der Markt zu einer Korrektur ansetzt, wie er es jetzt gemacht hat. Denn die Bullen haben mit dieser Struktur ihr Potenzial ausgeschöpft und brauchen jetzt ein neues Potenzial. Wie baut der Markt neues Potenzial auf? Indem er korrigiert und soweit attraktivere Preislevel anläuft, um neue Käufer in den Markt zu locken. Und dieses Level, Leute, das finden wir genau hier innerhalb der Range von 16.926 runter bis 16.444 US-Dollar. Das ist soweit erst einmal das Gesamtkorrekturlevel dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Mein nächstes Long-Entry liegt genau an diesem Bereich. Was kommt hier ebenfalls noch hinzu? Schmeißen wir nochmal kurz den VPVR an, Leute. Da seht ihr, dass letzten Endes der Point of Control genau an dieser Stelle ebenfalls liegt innerhalb dieser Range. Also in etwa an der Marke von 16.860 US-Dollar. Alles befürwortend für einen nächsten Long-Trade in dieser Region. Über das Volumencluster haben wir gesprochen. Springen wir auch noch einmal ganz kurz in die Daily rein. So sehen wir folgendes, was wir gemacht haben. Wir haben den 50er SMA nicht nur einmal angetestet. Wir sind sogar vor der Federal Reserve Zinsentscheidung darüber gestoßen. Haben damit unsere Ziellevel abgearbeitet und wurden dann direkt rejected. Darunter geschlossen. Es gab Follow-Through-Movement. Nicht positiv, soweit erstmal zu bewerten. Solange wir hier drunter stehen. Klare Rejection. Dass wir hier noch einmal in diese Regionen abtauchen können. Definitiv legitim. Und deswegen werde ich mich auch hier in diesen Regionen kurzfristig long positionieren. Gut, machen wir direkt weiter mit Ethereum. Natürlich kam es auch hier zu der besagten Korrektur. Sämtliche Kryptowährungen davon betroffen. Was hier aber höchst interessant ist, Freunde. Ebenfalls gestern noch drüber gesprochen. Wir haben die Strukturen identifiziert. Hier in Türkis. Die uns ebenfalls in Ethereum einen wunderschönen Trade Entry lieferten. Wir konnten diesen Aufschwung mitnehmen. Doch hier in Ethereum haben wir diese Ziellevel noch nicht abgearbeitet. Im Gegensatz zu Bitcoin. Von daher haben wir noch Luft. Aus bullischer Sicht bis 1410 hoch bis 1473. Das Bären Level kommt da vor rein. Ebenfalls eine interessante Take-Profit-Marke. Für diejenigen, die ebenfalls mit uns hier noch in Trade drin sind. Das Ding ist auf Break-Even gezogen. Wir sind risikofrei im Markt. Teil Profit realisiert. Wir lehnen uns zurück und genießen einfach die weitere Show. Es gibt nichts geileres, Leute, als risikofrei im Markt zu sein. Nichtsdestotrotz weitere Profit-Marke hier 1377. Was ist jetzt das Interessante, worüber wir gestern gesprochen haben? Wir haben den Markt so auseinandergenommen, sage ich mal, dass wir festgestellt haben, wir möchten den Markt gar nicht mehr in sein nächstes BC-Korrektur-Level reinfallen sehen. Denn das würde strukturell nicht zusammenpassen. Es würde dann nicht typisch laufen, diese bullische Struktur. Und etwas, was nicht typisch bullisch läuft, ist natürlich in diesem Fall eher für die Gegenpartei zu betrachten, in diesem Fall bärisch. Was wir gemacht haben, ist den Bullen die Luft zu nehmen und das Korrektur-Level dieser letzten Aufwärtsbewegung zu nehmen. Denn wenn die Bullen genügend Kraft haben sollten, dann müssen sie aus diesem dunkelblauen Level heraus reagieren. Das ist soweit erst einmal die Ansage gewesen. Schauen wir uns an, was passiert ist. Der Markt fällt jetzt hier rein in dieses Level und auch das attraktivste Level innerhalb dieses Wende-Bereichs haben wir deutlichst hervorgehoben, nämlich das 66,7er exakt in Überschneidung mit dem Point of Control dieser Range. Hier liegt letzten Endes das meistgehandelte Volumen innerhalb dieser Konsolidierungs-Range, exakt an der Marke von 1.263 US-Dollar. Wir sind auch hier in Ethereum über das Volumen-Cluster gestoßen und jetzt sollte dieses Volumen-Cluster erst einmal als Support dienen, um letzten Endes, ihr seht es ebenfalls hier in diesem Bereich, weniger Volumen vorhanden, um dann hier durchzustoßen. Also das ist soweit erst einmal Ethereum. Der Markt ist genau in diesen Bereichen angekommen und wir sind einmal kurz reingestochen, gab jetzt eine leichte Reaktion. Ganz wichtig Leute, für mich kein Trading-Level. Ich bin selber schon in diesem Trade drin, seit 1.230 US-Dollar. Für diejenigen, habe ich gesagt, die noch in keinem Trade sind, wenn ihr es nicht sein lassen könnt, dann könnt ihr euch hier positionieren. Soweit erst einmal positiv aufgegangen. Ist natürlich noch keine weltbewegende Reaktion. Wir brauchen jetzt klares Follow-Through-Movement in Form dieser Bewegung. Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal kurz aus SMA-Sicht an. So sitzen wir genau innerhalb oder zwischen der beiden SMAs hier in der 4-Stunden-Shut, 50er und 100er SMA. Soweit erst einmal mit Support zu rechnen. Vor allen Dingen jetzt mit dem 100er SMA, den wir erst einmal wieder zurückerobert haben. Hier unten kommt dann der 200er SMA rein. Also die Marke von 1.234 ebenfalls auf dem Schirm haben. Nach oben hin müssen wir jetzt erstmal überwinden, auch den 20er SMA bei knapp 1.300 US-Dollar. Von daher sehr, sehr viel Widerstände als auch Supports hier in diesen Regionen. Ich rechne mit einem Kampf der Bullen und Bären. Schauen wir uns das Ganze einmal nochmal kurz in der Daily an. Was hier passiert ist, sehr, sehr ähnlich zu bewerten wie in Bitcoin. Auch hier in der Daily hat uns letzten Endes der 50er SMA soweit erst einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir sind auch hier kurzzeitig einmal rüber gestiegen, vor der Failure Reserve Zinsentscheidung, mit der Failure Reserve Zinsentscheidung abverkauft worden. Und jetzt kam es soweit erst einmal zum Retest des kurzfristigen 20er SMAs. Auch hier drüber gesprochen 1260. Also in diesen Regionen erst einmal mit weiteren Unterstützungen zu rechnen. Und ich rechne auch hier erst einmal mit einem leichten Bounce in Ethereum. Bevor wir jetzt gleich abschließend noch weitermachen mit der Trade-Idee zum DAX. Short-Entries möglich, als auch natürlich Long-Entries. Wir betrachten hier immer beide Parteien und haben immer einen Fahrplan parat. Kurzes Update zu Dogecoin, denn hier haben wir gestern noch live drüber gesprochen. Ich habe klar kommuniziert zur Federal Reserve Zinsentscheidung, EZB Zinsentscheidung, halte ich mich erst einmal raus mit irgendwelchen Trades. Danach schaue ich mir die Strukturen noch einmal an und bewerte dann, und das war in diesem Fall gemeinsam mit euch im Livestream gegen Ende des Livestreams, dass wir hier in Dogecoin noch ein offenes Level innerhalb dieses Wendebereiches haben. Bullisches Kauflevel, nämlich die 66,7er. Und hier habe ich ganz klar kommuniziert, dass das einzige Level, was genutzt werden darf, noch genutzt werden darf, wenn du hier nicht bereits in einem Trade drin bist. Und das ist die Marke bei 0,843 gewesen. Wir schauen es uns an, wieso, weshalb, warum. Auch hier bullische Strukturen aktiviert, bis ins C-Level getragen, 161 Reaktion. Danach darf der Markt natürlich korrigieren, bis in sein Gesamtkorrekturlevel, wo es dann wiederum interessant wird, sich kurzfristig longtechnisch zu positionieren. Aufgrund dieser besagten Gegebenheiten, Inflationsdaten, Federal Reserve Zinsentscheidung, EZB Zinsentscheidung, habe ich gesagt, Altcoins halte ich mich erstmal rausbekommen und in Ethereum waren wir bereits an einem Trade drin. Jetzt sind die Dinger vorbei, jetzt bewerten wir die Strukturen neu und das war letzten Endes die Bewertung. Long Entry an dem 66,7er. Ich bin drin. Wie hermanage ich jetzt diesen Trade? Schauen wir uns das kurz einmal an. Aus Fibonacci Retracement Sicht, aus SK System Sicht. Wir haben letzten Endes zwischen den einzelnen Leveln knapp immer 2,5%. Von daher habe ich meinen Stop-Loss vom 66,7er knapp 2,5% darunter gelegt. Liegt in etwa bei 0,0822. Wenn das Doppelte unseres Stop-Losses erreicht wird, ziehe ich das Ding auf Break-Even, also in etwa bei 5%, an der Marke bei 0,0888. Mein erstes Profit-Target ist das entgegengesetzte Korrekturlevel. Müssen wir natürlich jetzt kurz einmal aktualisieren. Mein erstes Profit-Target hier für Dogecoin liegt bei 0,0979. So und zum Abschluss natürlich nochmal die aktualisierte Trade-Idee hier zum DAX, der gestern massiv gelitten hat mit der EZB-Zinsentscheidung. Passt aber ebenfalls wunderschön in unseren übergeordneten Fahrplan, als auch jetzt kurzfristigen Trading-Fahrplan. Wir haben darüber gesprochen, dass der Markt nach einer so massiven Erholungsbewegung erst einmal Korrekturpotenzial hat, das definitiv sowieso, aber natürlich auch nach dem Sell-Off erst einmal ein gewisses Potenzial für diese Erholung besteht, in das wir letzten Endes eingetreten sind. Und was aus meiner Sicht jetzt ausgeschöpft ist, die Marken von 14.048 hoch bis 14.802 war alles bärisches Terrain, bärischer Verkaufsbereich. Immer wieder darüber gesprochen, hier müssen wir rechnen mit bärischem Verkaufsdruck. Und letzten Endes war es dann die Golden Ratio, die 61.8 da, wo der Markt wunderschön mehrmals reagiert hatte und jetzt erst einmal zum Down-Move angesetzt hat. Wo liegt dieses Potenzial, diese Korrektur? Das heißt, wir haben natürlich auch hier das nächste Bullen-Level, wo ich mich dann kurzfristig long orientieren werde, mit einem kurzfristigen Long-Trade an der Marke von 13.250 runter bis 12.775 Punkten. So lange wollen wir aber gar nicht warten, bis der Markt hier irgendwann angekommen ist. Das kann noch mehrere Tage dauern. Aber natürlich können wir diesen Weg nach unten hin auch shorten. Wie sieht das jetzt aus? Wir haben das gemacht, worüber ich immer wieder spreche. Wir haben einen Bruch in der Market Structure. Wir haben einen Bruch in der Marktstruktur, eines klaren Aufwärtstrends, dass der Markt das jetzt gebrochen hat, indem wir die letzten Lows, also diese Low-Ebene nach unten hin gebrochen haben. Punkt für die Bären. Soweit erst einmal eine größere Korrektur einzuleiten, bis in diese Region. Und diese Korrektur wollen wir natürlich trade-technisch auch nutzen. Und in diesem Fall haben wir aufgrund des Bruches der Marktstruktur jetzt die Möglichkeit, der DAX korrigiert gerade live weiter unter die 14.000 Punkte Marke. Natürlich gebe ich euch immer wieder das aktualisierte Level durch. Mit jedem Low müssen wir das natürlich aktualisieren. Aber aktuelles Short-Entry meinerseits hier im DAX liegt innerhalb der Range von 14.312 hoch bis 14.435. Also Freunde, der Fahrplan sollte jetzt wieder glasklar sein. Sämtliche Level sind bekannt. Sämtliche Short-Level, sämtliche Long-Level, sowohl im Bitcoin als auch Ethereum als auch im DAX. Und natürlich ein kurzes Update zu Dogecoin gab es ebenfalls. Falls es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Lass gerne ein Like da. Und falls du noch nicht Teil der Crypto Wallstreet bist, hey, dann lass das kostenlose Abo da, werde Teil dieser geilen Community. Und dann freue ich mich, dich auch im morgigen Update-Video begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich euch erst einmal ein wunderschönes Wochenende, Freunde. Legt euch rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.